Musik Jo hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hextown, heute mit dem Datom LPs, hallo! Jo 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 jo! Gut, wir haben uns heute mal vorgenommen in den Twilight Forest zu gehen. Oh mein Gott! Aber, als erstes gehe ich jetzt erstmal mein Schwert, äh, nicht verzaubern, hier reparieren, weil das hat nur noch so einen Millimeter an Haltbarkeit. Oh, das kostet jetzt bestimmt voll viel. 26 Level, jo! Oh mein Gott! So, ähm, ja, da der Turm ja noch nicht so eine komplette Scale-Rüstung hat, die ist das, gehe ich dir jetzt mal was leihen. Boah, ich... so... Und du lagst gerade ein wenig. Ja, okay, dann... hat sich... Ah, jetzt gehe ich wieder. Okay, so, ähm... Ah, dann weiß ich jetzt auch gar nicht, warum das so geleckt hat! Okay, oh. Der Turm braucht ja natürlich eine Scale-Rüstung, bevor der in den Twilight Forest geht, weil wir hatten eigentlich hier zuvor, mal so einen dicken Boss zu killen, ne? So, wie viele Essenzen brauchst du jetzt? Na, komm doch rein, komm. Komm herein. Okay. Hallo? Ich brauch... Wie viele Essenzen brauchst du noch? Warte, ich muss rechnen. 2 plus 4? Ähm... Also, ein Diamond ist schon drin. Das ist, äh... Ich meine nur, wie viele Essenzen brauchst du noch, um einen Diamant zu bekommen? 2. 3? 2. Oder 2? Bitteschön. So, und, und, das bekommst du auch! Und zwar hat der Turm, äh, ne... Un-Crafting-Table und damit kann man halt... ... aus der Scale, äh, Chessplate dann irgendwie, ähm... Das machen, womit man das halt gecraftet hat. Ich hab's halt gefunden und ich brauch's ja eh nicht, deswegen... Von daher kann der Turm ja das halten. Verdammt! So. Das kostet mich 8 Level. Ich hab auf jeden Fall... Ich hab eins. Hast du keine 8 Level? Warte, hab ich noch in, äh, diese Bottles. Wenn, dann mach ich das eben kurz für dich. Hab ich Bottles? Ich hab keine... Hallo? Ich hab keine Bottles. Dann geh mal her jetzt hier. Warte mal, was, was brauch ich nochmal? Äh... So, ähm... Das mach ich mal kurz weg. Was hab ich? Äh, wie ma... Wie geht das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Du musst das einfach genau... Ah, so. Ja. Äh... Ja, das... Den reiß ich nämlich immer mit hier so, ne? Äh... Ich brauch... So. Was brauch ich? Hier hast du den Diamond. Mach dir am besten noch eine Scroll of Escape, falls brenzlig wird, ne? Man weiß es ja nicht. Ähm, ähm, ähm... Scale? Ich brauch... Das brauch ich einmal. Ne? Ah... Du musst das jetzt beeilen. Ja, okay. Wir möchten das gerne noch in der Folge hier schaffen. Ich muss meine Sachen entsorgen, aber ich hab keinen Platz mehr in meinem Drohnen. Oh nein. Scheiße. Ich hab gerade Angst. Mach ich mir noch mal kurz so eine billige Truhe. Ah, komm, zwei Stück reichen, oder? Ja. Wieso hast du Angst? Was machst du? Oh nein. Oh nein. Nein! Obsidian! Hab ich... Hab ich... Hab ich... Ach so, du brauchst noch Obsidian, ne? Wie viele brauchst du denn? Ich muss überlegen... Ich hab noch drei Stück. Oh Gott. Übrigens. Also ich glaube, ich brauch auf jeden Fall... Äh... Scale-Rüstung hier einmal... Vier und... Oha. Fünf. Also neun. Lava, lava, lava. Neun? Also drei hab ich noch. Drei könnte ich dir noch geben, aber... Ich guck mich bei... Justin hat doch alles. Ich glaub, der... Ich glaub, der wird doch nichts dagegen haben, weil der hat ja eh schon die Scale-Rüstung und für... Also Obsidian braucht man ja eh nicht so viel... So viele Sachen, glaub ich. Ich hopf's mal zu ihm rüber. Schneller. Mach das. So, äh... Ninja-Dagger brauch ich nicht. Äh... Electric-Steph kann ich mitnehmen. Obsidian tue ich jetzt erstmal weg. Ähm... Golden-Tether... Longbow brauch ich nicht. Ähm... Ich sollte mir echt jetzt mal ein richtiges Lager anschaffen, weil... Langsam wird das schon ein bisschen brenzlig hier. Oh ja, das hab ich bei mir auch. So, ähm... So. Kann ich ja noch ein bisschen... Hab ich denn noch ein bisschen Cobblestone, was ich mitgehen... mitgehen kann. Äh, mitnehmen kann. Cobblestone, hallo? Boah, Cobblestone. Da, drei Obsidian. Da. Gut. Äh... Dann bring ich dir nochmal eben die... drei anderen von mir mit. Ich guck mal, vielleicht ist... Hat der hier noch mehr... Nein. Nein. Oh. Oh, was tu ich? Nein. Nein. No. Weil der Junge hat alles, ne? Hallo? Außer, dass... Hier. Hast noch drei Stück. Oh, jetzt sind wir bei sechs. Sehr gut. Nein, auch nix. So. Auch nix. Nein. Oh Gott. Ah, ich komm hier nicht raus. So. Ich weiß jetzt, der müsste doch noch irgendwo Obsidian haben, oder nicht? Nee. Ah, ich häng... Ah, ich komm hier nicht raus. So. Oh Mann. Ist mir gerade auch passiert. Der hier oben... Ich weiß nicht, wer könnte denn noch Obsidian haben? Mir fehlen, glaube ich, drei Stück noch. Ich bin mir nicht sicher. Ist ja kein Problem. Das können... Könnte ich... Könnten wir ja irgendwie... Wieder auftreiben. Ist ja... Ja. Kein Problem. Obsidian ist ja nicht schwer zu kriegen. Nur es dauert halt ein bisschen lange. Das jetzt noch irgendwie hoch zu gehen ist. Gib mir Obsidian. Warum? Dom hat auch kein Obsidian. Oh mein Gott. Keine Art Obsidian. Was ist los mit euch? Ist so, ne? Ist so. Wenn nicht, wir haben hier doch irgendwo Lava. Aber wir bauen einfach das Never-Portal ab. Gute Idee. Ja, wieso eigentlich nicht, ne? Dann mach ich da halt wieder drei Obsidian hin. Ist doch kein Problem. Wie viel brauchst du jetzt noch? Drei. Gut. Ich bin gerade schon dabei. Ich helfe mit. Einfach mal Jodo das Never-Portal abbauen. Boah, ich hab manchmal so... Komm schon. Komm schon. Ja. Nur noch einen. Ich helfe dir. So, hier. Komm, passt. Ja. Ja. Gut. Warte hier. Oh, danke. Jetzt hast du alles, oder? Ich hoffe. Du müsstest auf jeden Fall noch Gold brauchen dafür, glaube ich. Boah, ich hab... Oh. Leggies. Ich seh's gerade. Boah. Ich seh's gerade. Das ist schlimm bei mir im Moment wieder. So, aber jetzt mal ehrlich. Was könnte ich denn noch mitnehmen? Also, ich hab was zu essen. Ich hab ein Ender-Giant-Spot. Ähm. Eine Pickaxe, ein Bogen, Pfeile, genau. So, Diamant, 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 Diamant. Da. Pfeile brauche ich noch. Wo habe ich die Pfeile hingetan? Ähm, blululululul. So. Und Backpacks möchte ich noch mitnehmen. Schuhe, Schuhe habe ich. Wo habe ich die denn da? Immer nur zwei Stück mit. Ach, fuck, Diamanten. Da, ein Diamant. Hektik, hektik. So. Einmal so und einmal so. So. So, was brauche ich jetzt für die, nochmal hier, für die Hose? Zwei Gold habe ich locker irgendwo. Ja, da. Sehr gut. So, liebe Leute. Wie war das? So, so. Ja. Jetzt dürfte ich sie eigentlich komplett haben. Jetzt habe ich bestimmt irgendwas Falsches gecraftet. Ich hoffe mal nicht, ne? Und da ist sie komplett. Yay. Oh. Gut. Okay. Aber du hast jetzt keine Level, ne? Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, die ist auch unverzaubert ganz okay. Hab ich ne Enderperle? Wenn nicht, ist das auch nicht so. Was heißt ganz okay? Die ist ja auch eigentlich unverzaubert richtig gut. So, ähm. Ich bin gerade so nochmal meine Backpacks kurz am sortieren. Ach so, gute Idee. Die sind immer gut. Die braucht man immer. Ich packe die Sachen nur erstmal jetzt hier weg, weil ich brauche die jetzt eben nicht. Ähm. Wo habe ich denn noch Platz? Mann. Hab ich. Muss da irgendwo noch Platz in der Kiste haben. Ja, Mann. Ich habe noch eine Squirt of a Scale. Yes. Okay. So. So, gut. Also ich bin bereit. Ich verleg gerade. Ich habe auch noch irgendwas. Ich nehme auch noch meine Backpacks mit. Wo sind die? Ich weiß jetzt nicht, was ich mitnehme soll. Soll ich jetzt die Ziefrüstung oder die Scale-Rüstung anziehen? Boah. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich ziehe die Scale-Rüstung an. Dann, oder? Ich glaube, ja. Ähm. Dann brauche ich noch den Ninja-Dagger, aber damit ich ein bisschen flinker unterwegs bin, weil ich mich ein bisschen porten kann. Die ist das. Da habe ich den. Da. So, gut. Also ich bin bereit. Ja, ich gleich auch. Ich nehme mal den. Boah, wie langsam man sich fühlt, wenn man die ganze Zeit die Ziefrüstung anhat und dann die Scale-Rüstung. Das ist richtig komisch. Kommt man dann richtig langsam vor. Wie macht man sich eigentlich? Ach, ist egal. Ich habe Miss Scale. Hallo. Gut. Äh, ja. Eine Axt hast du bei? Ja. Falls wir die irgendwie brauchen sollten. Gut. Okay. Oh nein. Ab geht's in den Twilight Forest. Oh Gott. Ich hoffe, es leckte nicht bei mir. Und nicht abstürzen. Nicht abstürzen. Oh, sieht sehr gut aus. Ich war noch nie hier drin. Ich war echt noch nie hier drin. So, okay. Ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen... Äh. Weiß gar nicht. Bist du schon hier? Weil hier müsst ihr noch laden oder so. Steht auf jeden Fall schon mal in der Workbench. Die Frage ist jetzt nur, wo sind die anderen hingegangen? Zu Hydra. Äh, Dingens. Mein Schip... Ja. Ich weiß aber nicht, wo die ist oder in welche Richtung. Ich glaube, vom Portal aus gerade aus. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Wir gehen einfach in den Gegensatz zur Richtung. Bist einfach gelieft. Ach, nö. Ja, dann ist gleich... Moment. Stürzt jetzt dein Minecraft ab oder was? Dann ist die Connection wieder weg. Und dann bin ich gleich wieder drauf und... Äh. Das hatte ich schon mal. Weil ich Justin retten wollte, aber... Hm. Ja, komm. Auf jeden Fall war Justin und Domi ja schon bei der Hydra. Weil ich weiß ja nicht, wo die lang gelaufen sind, aber... Schätze mal, hier sind ja überall diese großen Boss-Dinger. Schätze ich mal. Also ich weiß, wo die Hydra war. Aber... Ja, aber wollen wir ja nicht hingehen, wenn die da schon waren. Aber dann wissen wir schon mal, in welche Richtung die gegangen sind. Ja? Ah, okay. Ja, also jetzt wieder hier Internet. Kack, kack. So. So. Immer wieder kurz warten. Mein Hexit ist immer... Perfekt. Oh, ups. Schwefst bei mir noch in der Luft. Ja, ich bin noch nicht da. Ah, ah. Ja. Ja. Oh. Jetzt müsstest du da sein. Laden, 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 laden. Mein PC ist gut. Danke, danke. Äh. So, lad einmal da, bitte. Ja, doch. Boah. Oh, oh. Nein, nicht. Ich betreibe hier mal ein bisschen Einschätzung. Und zwar steht ja hier eine Workbench. Also schätze ich, dass die da lang gegangen sind. Ne. Also gehen wir da lang. Okay, gehen wir da lang. Einfach mal so. Oh, das könnte bei mir Längi werden. Ich schätze mal, hier müsste... Ja, bei mir ist hier auch noch gar nichts geladen. Noch nichts. Oh. Hier sind so Riesenbüsche, ey. Voll komisch. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich war hier noch nicht einmal drin. Ne. In einem Twilight Forest. Hier ist auf jeden Fall Lava. Das ist so cool. Was sind das denn für Viecher? Ach, das sind so Wildschweine. Kann ich noch ein bisschen runterstellen, die Grafik? Das wäre excellent. Ja, mach das. Ich laufe einfach geradeaus weiter. Aber ich habe ja Electric Steps dabei. Also fliege ich jetzt ein bisschen. Hast du eigentlich welche dabei? Nö. Nö. Nö, wieso, ne? Ich kann schon mal ein bisschen vorfliegen. Mal gucken. Irgendwo müsste doch dann sowas sein. Das ist ja... Ja, das kann man ja nicht übersehen eigentlich. Oh, ein Wildschwein. Sieht aus wie eine Falle. Ich habe irgendwie Angst. Okay, ich gehe mal lieber hier raus. Boah. Müsste es da hinten irgendwo sein. Ich versuche zu kommen. Äh. Also, zu laufen. Zu dir. Boah, jo. Wie geil das hier ist. Boah, was ist das für ein geiler Baum? Es sind überall so komische Bäume. Aber das ist so richtig geil. Was ist das? Ist das so eine Falle? Das ist ein geiler Baum. Ja, da war ich glaube ich gerade auch drin. Ich bin aber nicht reingegangen. Ist das so ein Brunnen oder so? Boah, ich fahre da fast rein. Ne. Hä? Ich fliege hier gerade ein bisschen rum. Aber irgendwie, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Ich weiß ja nicht in welchen... Oh, mega lag. Ich weiß ja nicht in welchen Abständen die hier... Huch. ...sind die Bosse. Ne, ich auch nicht. Aber ich denke mal... Boah, boah, Leggy. Aber einfach Yolo geradeaus. Ja, sorry. Ich kann vielleicht gerade an mir liegen, weil ich hier gerade so Vollspeed durchfliege. Mir lädt hier kaum was. So. Aber der Himmel sieht geil aus. Hier ist auf jeden Fall schon wieder so ein Riesenbaum, Busch. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich frage mich gerade, wo ich hier lang kann. BTF. Wildschweine. Also ich bin gerade bei minus 468 974. Also ich bin einfach gerade ausgelaufen. Boah, Walschweine, da laufe ich gerade ein bisschen falsch. Da muss ich lang. Ja, gut. Sorry. Krank sein muss auch sein. Oh, hier ist ein Berg. Alter, hier ist gerade irgendwie gar keine Landschaft. Das sieht mir irgendwie verdächtig nach sowas aus. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht. Erst mal yummy, yummy machen. So. Ich muss mich hier erst mal ein bisschen erkunden, weil ich war ja hier noch nie. Aua. Oh, ich muss erst mal in den Berg hochkommen. Aua. Wäre natürlich gut gewesen, hättest ihr Electric Steps mitgenommen. Hier gibt es ja auch Dungeons. Oh, sehr gut. Das ist sehr schön. Dann kann man... Und da ist einfach ein Loch. Einfach so. Ein Loch nach unten. Sieht aus wie eine Mine oder so. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall mal oben aufs Dungeon. Ich möchte den Boss töten. Einfach so, töte ihn. Minus 400. Hier ist kein Boss. Oh, leck. Was war denn die zweite? Erst mal abbauen. Wo bist du jetzt nochmal genau? Ich bin minus 420.274. Tausend, tausend, tausend. Ach, das ist so ein komischer Blaze-Bawner. Hier ist eh nie was Gutes. Jetzt darf ich den Berg wieder runter. Bin ich dumm? Oh Gott. So, einmal hier lang. Und... Aua. Nee, ich nur... Hier müsste doch jetzt mal irgendwann was kommen, oder? Weiß nicht. Ich sehe nur Bäume, Bäume und Bäume. Ich hatte eigentlich vor, jetzt so einen Boss zu klatschen, aber... Wir sind... Irren hier durch den Twilight Forest und haben keine Ahnung, wo wir sind. Da muss ich hin. Ha. Ich glaube, ich habe die richtige Richtung. Ma. Oh. Aua. Fallschaden. Oh, wieder hier über so einen Berg, weiß ich. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, als über Berge zu hüpfen. Ah. So. Wahrscheinlich sind wir wieder genau in die falsche Richtung gelaufen, da wo nichts kommt. Immer so, immer so. Ah. Oh. Dann ist es ja meine Schuld. Leggy. Ja, es lädt gerade wieder nicht. Ah. Leggy. Ist halt schon schrecklich. Standbild. Höh. Loll. 300 Meter zurückgesetzt. So. Äh. Komplettes Standbild. Was ist das denn da? Oh Gott. Oh nein. Hier ist so ein Labyrinth. Mein Gott. So ein komisches. So. Ich bin... Ah, hier spawnen ja Wölfe. Oh. Lol. Da. Lol. Der hat ein Hexical Diamond gedroppt. Lol. Einfach so. Geil. Ich versuche... Hier ist Obsidian. Einfach so. So ein Block. Aber dass er mir einfach ein... Ein Hexical Diamond droppt. Einfach so. Ja, geil. Schon geil. Hier ist alles... Hier ist das Leben besser. Aber auch Leggy. Oh ja. Oh, da ist sogar so ein Portal. So in diese... Da hinten sind wir. ...Dimension. Warte mal. Ich glaube, ich bin gleich da. Ja. Immer... Ja. Juhu. Dieser Hustle heißt. Kann man auch nicht... Eine Hexical Blume. Ja. Ach, hier gibt es auch so Blumen. Hab ich... Das ist ja cool. Oh. Ein Häschen. Töten. Töten. Oh. Ich bin Twilight Hunter. Ja. So kleine Minispinnen sind hier. Aber komisch. Ja, Moment. Ich bin irgendwann gleich da. Ich ehe hier noch ein bisschen rum. Oh, ein Reh. Ein Bambi. Ist so ein Obsidian Tower irgendwie so ganz cool. Ja, den hab ich grad auch gesehen. Oh nein. Ah, hier ist wieder so ein Riesenbusch. Ich weiß nicht. Irgendwie... Meistens deuten die auf sowas hin. Ich weiß aber nicht, ob das so wirklich so ist. Ah. Ah, da oben ist was. Ich hab was gefunden. Das ist so ein riesiges Schloss. Lol. Ich hab eins gesch... Ich hab sowas gefunden jetzt. Äh. Äh. So riesig ist das gar nicht. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ah. Da ist so ein Riesentower und so. Ich versuch irgendwie heranzukommen. Ich weiß ja nicht, wie weit du noch weg bist. Also ich bin bei... Minus 273.976 mittlerweile. Jetzt muss ich ja in die Richtung. Ach nö. Jetzt sagen wir nicht in die Richtung. Von da bin ich doch... Nein. Nicht die. Ja. Die. Ja. Warte. Ich bin gleich da. Nicht mehr weit. Boah. Ist immer so eine Sache. Oh. Ich bin auf so einem richtig geilen Baum. Ah. So. Einmal hier lang. Ich ess mal nochmal schnell was. Wie war die zweite Zahl? 1000? Ja, 2000 mittlerweile. 2000. Sehr gut. Ah. Ein Eischwarnschen. Ein Forest Squill. Squill. Blö. So. Gut. Aber die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Wir haben schon über 15 Minuten wieder. Wie schnell das einfach rum geht, ne? Und ja. Ich würde sagen. Ich hoffe es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann höchstwahrscheinlich diesen... diesen komischen Schloss da ausnehmen. Und ja. Bewertungen nicht vergessen. Bei Tom vorbeischauen und so weiter und so weiter. Bis dann. Tschüss.